Jessica Haller kämpft nach ihrer Rückenoperation mit massiven Einschränkungen. Im August unterzieht sich die Influencerin wegen starker Rückenschmerzen einer Operation. Nun gibt die 34-Jährige in einer Instagram-Fragerunde Einblick in ihren aktuellen Zustand. Ihre Mobilität sei noch immer stark eingeschränkt, erzählt sie. Das Heftigste, was mich mental komplett durcheinandergebracht hat, war die Yogastunde im Hotel. Berichtet Jessica. Sie habe 30 Minuten auf dem Boden geweint, weil sie so unbeweglich sei. Bücken wie ein normaler Mensch, sich dehnen wie ein normaler Mensch. All das ging nicht, klagt sie auf Instagram. Trost findet sie bei ihrem Ehemann Johannes Haller, der sie liebevoll unterstützt. Johannes musste mich wirklich sehr, sehr lange umarmen, erzählt sie. Trotz der Herausforderungen versucht Jessica, positiv in die Zukunft zu blicken. Ich muss mir noch mehr Zeit geben und noch mehr Geduld haben, erklärt sie ihren Followern. Sie wisse auch, dass es nie wieder so sein werde wie früher. Ich meine, es wurde versteift und ich kann froh sein, dass ich laufe, so die 34-Jährige. Besonders schwer fällt ihr, dass sie ihre dreijährige Tochter Hayley Sue nicht heben darf. Das macht mich am meisten fertig, gesteht Jessica. Ein ganzes Jahr muss sie darauf verzichten, ihre Kleine auf den Arm zu nehmen. Die Familie lebt gemeinsam auf Ibiza. Trotz allem versucht Jessica, optimistisch zu bleiben und auf ihre Genesung zu vertrauen. Bis zum nächsten Mal.